Das Freibad Weyerli können wir den Sommer leider nicht eröffnen, weil das grosse Becken saniert wird. Aber weil das Bad für die angrenzenden Quartier ganz wichtig ist, haben wir uns eine Alternative überlegt. Diese heisst Oase Weyerli. Auf der Kunsteinbahn haben wir einen schönen Platz eingerichtet für Sport, Bewegung, Begegnung, aber natürlich auch um sich abzukühlen. Wir eröffnen die Oase am 29. Mai und sie ist dann bis 29. August offen. Der Eintritt ist natürlich gratis. Darum alle hereinspaziert und herzlich willkommen in der neuen Oase der Stadt Bern.